ZWILLING Willkommen in der Welt von ZWILLING. Einer Welt voller Leidenschaft, Emotion, Genuss und Ideen. Unser Sortiment umfasst alle Bereiche der modernen Wohnküche. Für die Vorbereitung der Speisen mit hochwertigen Messern, über die Zubereitung mit Küchenhelfern und Kochgeschirr, bis hin zum gedeckten Tisch, auf dem man die ZWILLING-Bestecke findet. Mit ZWILLING Sensation setzen wir jetzt abermals Maßstäbe. ZWILLING Sensation bietet Sigma Clad. Denn beim Kochen oder Braten kommt es oftmals darauf an, dass sich die Wärme gleichmäßig und schnell bis in den Rand verteilt. Bei Sigma Clad Fünfschichtmaterial durchzieht der Wärmeleiter den gesamten Kochgeschirrkörper. Die bessere Bodenstabilität sorgt dafür, dass die Töpfe und Pfannen absolut plan auf dem Herd stehen. Die Wärme verteilt sich gleichmäßig über den gesamten Kochgeschirrboden. Dies verhindert ärgerliches Anbrennen in den kritischen Bereichen. Weil der starke Aluminiumkern die Wärme so gut speichert, kann die Herdeinstellung frühzeitig reduziert werden. Das spart Energie. Funktionalität und Design. Wir bei ZWILLING fühlen uns insbesondere dem Qualitätsgedanken sehr verpflichtet. Wir glauben, wir sind heute die Spezialisten für die Verarbeitung von hochwertigem Edelstahl für alle Produkte, die man in der modernen Wohngrüche benötigt. ZWILLING SENSATION bietet Handling Performance state of the art. Das Kochgeschirr selbst und die ergonomischen Griffe sind hochrobust und absolut kratzunempfindlich. Sie liegen perfekt in der Hand und schaffen ein gutes Arbeitsgefühl. Durch die geschweißten Griffe gibt es keine Zwischenräume. Dies ist gleich in zweierlei Hinsicht besonders hygienisch. Beim Kochen lagern sich keine Speisereste ab und die Reinigung wird extrem vereinfacht. Seit 2008 beschäftigen wir uns intensiv mit der Entwicklung von speziellem Kochgeschirr. Hierzu entwickeln wir neue Technologien. Ein Beispiel hierfür ist das Sigma Klett Material, das ein Mehrschichtmaterial mit einem besonders starken Aluminiumkern ist. ZWILLING SENSATION ist unserer Meinung nach die perfekte Symbiose aus Funktionalität, Design und Ästhetik. Wir verwenden hierfür ein Fünfschichtmaterial, das bei unserer Tochterfirma in Belgien verarbeitet wird. Diese Firma verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung bei der Herstellung von sehr hochwertigem Kochgeschirr. Viele Technologien, die hier zum Einsatz kommen, sind dort entwickelt worden und weltweit nur hier verfügbar. Insbesondere werden unsere Kochgeschirr einem speziellen Oberflächenbehandlungsverfahren unterworfen. Und diese Oberfläche bleibt über viele, viele Jahre während des Gebrauchs erhalten. Der besondere Anspruch an ZWILLING-Produkte wird auch bei ZWILLING SENSATION permanent geprüft. ZWILLING SENSATION bietet Silvinox. Silvinox ist einzigartig, denn Silvinox ist das beste Beispiel dafür, dass wahre Schönheit tatsächlich von Dauer sein kann. Die elegant silberschimmernde Oberfläche ist ungewöhnlich robust, lässt sich einfach reinigen und bleibt auch nach jahrelangem Gebrauch perfekt im Look. Hier in Belgien wurde Silvinox vor über 30 Jahren entwickelt. Die elektrochemische Veredelung entzieht dem Edelstahl Unreinheiten und vermindert so typische Probleme wie Verfarbungen oder Fingerabdrücke. Silvinox-Oberflächen bleiben für Jahre so silberschimmernd wie von Anfang an. Kein Wunder also, dass der Begriff Made in Belgium unter Kochgeschirr-Spezialisten als echtes Qualitätssiegel gilt. ZWILLING SENSATION überzeugt durch zeitloses Design und höchste Funktionalität. Dank Sigma Klett Fünf-Schicht-Material, perfekter Handling-Performance und unempfindlichem veredelten Silvinox Edelstahl bietet es zahlreiche Vorteile. Schnelle, gleichmäßig perfekte Wärmeverteilung, angenehm kühle, kratzunempfindliche ergonomische Griffe und eine robuste, einfach zu reinigende Oberfläche. ZWILLING SENSATION ist für alle Herdarten geeignet. Zum Beispiel Gas, Elektro, Halogen, Glaskeramik und natürlich auch für Induktion. ZWILLING SENSATION – wahre Schönheit ist von Dauer. 12.0 ZWILLING SENSATION – wahre Positive K TBF – Vielen Dank.